Wohin gucken? Seit acht Generationen bauen wir Backöfen. Wir Häuft sind das älteste Backofenbauunternehmen der Welt. Mein Name ist Thomas Häuft, ich bin die achte Generation. Ich freue mich, Sie persönlich auf der IBA zu begrüßen. Das ist nicht zu, 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 ich freue mich, zu künstlich. Sie müssen gucken, ob es passt.